Hallo Freunde, herzlich Willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Wir haben im letzten Part schon mal die erste Mission für Captain Monroe erledigt. Impfstoffe holen für die Indianer, die umgeleitet wurden. Das ging nicht ganz so gut wie erhofft, aber war ja absehbar eigentlich. Oh no. Oh Gott. Ja genau, so hörst du dich an. Und wir gehen jetzt mal zu Fliegender Adler. Wenn ihr euch das Gefühl habt, das Vordat anzugreifen. Ja. Das Vordat hier war kein Blick auf das Vordat. Oh, nebelig im Wald. Oh, sie sind hier mit Waffe und sie... Oh no. Das ist Dutch. Dutch, was hast du vor? Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. We didn't start this, Arthur. They did. We? This ain't our fact. It surely is. Whatever it is, you're planning. It ain't a good idea. They want you to fight. Nobody will be killed. We're just gonna trap a few of them in the valley. Disharm them, tar and feather them and remind them to leave these boys alone. Oh no, you have energy for Franks? Come on, Arthur. Just tweaking Uncle Sams nose a little. I need you to help me. Oh God. Dutch, was... Was ist eigentlich in dich gefahren? Oh my God. Das ist genau, was wir nicht wollen. Das ist... So, you're using them? No, sir. No, never. But, it is mutually beneficial to draw attention to one problem and avail over another. These are good things, but their situation is real complex. We ain't helping. Können wir nicht einfach weggehen? Das ist definitiv keine gute Idee. Können wir das nicht sabotieren irgendwie, dass es dann nicht geht? Ach, Mensch. Und wie sollen wir die trappen, wenn da zwei Bäume umfallen? Oder zuerst du das genauso, dass die schöneren Mitte stehen bleiben? Oh nein. Wie stellst du dir das vor, Dutch? Wie stellst du dir das vor? Oh, jetzt sind es drei Bäume. Noch besser. Wow. Und du siehst das nicht? Ich hoffe, du weißt, was du zuerst darstellt. Und ich fürchte, du weißt es nicht. Du machst aber nur irgendwas. In der Hoffnung, dass es passt. Jetzt haben wir erst unsere Maske nicht. Jetzt ist es bei unserem Pferd wahrscheinlich. Und ich sehe ein bisschen Bewegung in der Distance. Ja, ja. Und das heißt, die kommen. Sag mal, können wir die mitnehmen hier? What the heck? Kann man die Pflanzen nicht mitnehmen? Oder gibt es nur nichts, wenn wir in einer Mission sind? Dutch, das darfst du machen. Oh nein. Wir müssen das auch noch machen. Warte, ich zünde gleich. Oh. Okay, das ist das Signal. Hier kommen sie. Bleib hoch und kalt. You sure you don't want me to man that plunger, Arthur? No. I got it. Oh, remove the weight of the world from your shoulders for a minute. Like I said, we're just going to give them a bit of a scare. There they are. Looks like more than we thought. It's fine. We're only here to talk and administer a little good old fashioned humiliation. You're owed that, son, at the very least. Wait for my lead, man. Das kann nur böse ausgehen. Ja, das sag ich auch. Ich habe einener Fehler. Zag ich deine Hand ab, Soldier. Lass diese cocaine Leute allein. Wer bist du? Ein annergenden Bürger. Ist das selbst? Was jetzt, du bist? Nein, nein, nein. Nicht noch nicht. Soldier, dich und deine Freunde werden deine Begriffe was? Rann! Entschuldige mich! Ich bin schon von mir. Deine Freunde fließen zuerst, Soldier! Aber ich habe gewusst, dass das nicht gut ausgehen wird. Was ist das, was ihr wolltet? Ich habe es angefangen damit. Du Böse, du verdammte Böse, das ist die Armee! Es ist ein Regiment von Pastriechefern und Böden. Schau deinen Mund! Alle von euch! Halt was du kannst! Und dann gehen wir raus! Gehen wir jetzt. Wir müssen jetzt gehen. Dann gehen wir. Dann gehen wir. Das ist krass. Warum sind wir hier raus? Sie haben vielleicht Informationen, die unsere Freunde mit ihren Telefonen helfen. Wir brauchen etwas, das mein Vater nutzen kann, um unsere Begriffe zu stärken. Ich bin nicht sicher, dass er dein Begriffe zu stärken wird. Ja. Allerdings. Also außer Munition haben wir erstmal nicht wirklich was gefunden. Was habt ihr euch dabei gedacht? Was habt ihr euch dabei gedacht? Was habt ihr euch dabei gedacht? Was habt ihr euch dabei? Was habt ihr euch dabei eigentlich? Was habt ihr euch dabei? Wir sind immer nicht der Urheil. Wir sind immer der Urheil. Also famous. Wir sind uns immer 33, eine andere Nutz. Wir sind sehr viele von uns! Wir sind nicht gekommen! Los geht euch im Team... 就是 das! Was hier machen wir hier? Wir haben hier nicht dabei? Wir sind keine Chance. Wir haben hier... Wir sind immer noch zu schauen. Los geht's! Los geht's! Und ich werde euch alle hängen! Was haben Sie versucht, zu tun? Versuch ein Blank von Arthur! Los geht's! Ja! Wir brauchen einen... Ja! Wir brauchen einen... Los geht's! Ja? 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 Hat er getötet? Er ist lebend. Na, das ging nur mit dem Plan. Ich versuche. Ich versuche, Arthur, mit allem, was ich habe. Und ich werde immer versuchen. Und du wirst mich immer schulden. Es ist nicht so, Dutch. Schau an mich. Schau an mich! Ich bin... Ich bin über die Leute. Ich weiß. Das ist Tatsukin. Wo ist Eagle Flash? Run, son! Run! Come on! This area is going to be crawling with soldiers in a few minutes. We gotta leave. Now! Nobody, Eagle Flash! We gotta go, Arthur! Come on! Das war eine absolut bescheuerte Idee. So gerne ich dir in den Hintern treten würde, das ist nicht der richtige Weg. Definitiv nicht. Toll gemacht, Dutch. Jetzt... Jetzt... Jetzt haben wir den Krieg. Jetzt... Jetzt ist's soweit. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Jetzt können wir den Krieg kämpfen oder abhauen. Jetzt kommen wir hier. We won't get the horses down this path. Alright! Let's carry on my foot. Try and sell them a little snake oil. You think? It's all I got. Get out of here! Gah! Go up! Slow! Let's go, we could lose them down here! Go to hell! I guess not. Get behind something, Arthur! Starke Revolver. Come on! Let's see if there's a way out through here! You're dead! Hold on the left! And go back! No, 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 no. Na, lad nach, Alter. Ah. Hey, man, hoot! Nothing fits hard to me. I'm gonna do something. There's too many. Run, get moving. Send it right back at them. I'm gonna play something. We're being on the run, get out of here. This is, right here. This is it, this... Tjo. Sterben ist ein Heldentod, ha? Put your hands up! I said put your damn hands up! Okay. Okay. Follow my lead. I got a plan. Ja, deine Pläne kenne ich jetzt, danke. Hello! Officers! Keep them hands up and come here. Put your hands up! Hello, Captain. Keep your hands up and come here. Come here? Yeah. We can't do that. You're mad. What? Hä? Hä? Und was soll... Soll ich kapitulieren, oder... Ich mein... Darf ich mich nicht bewegen, oder was ist... Keep your hands up and come here. Come here. We, uh... We can't do that. Your man... Those men, die killed... They were good men. You're fighting nature, Captain. Get over here! Ask my friend... Here. My whole life... I tried to fight and change. It's a waste. I see that... Now... It's a waste. You can't fight... Nature, Captain. You can't fight change. You can't fight. You can't fight. Oh, man, oh, man. Dutch, weh. Du kommst noch einmal mit irgendwelchen blöden... Plänen jetzt da von... von... Making noise, oder irgendeinem. Scheiße, ich warne dich. Das ist vorbei. Du meinst, wir schaffen das da jetzt, ja? Die haben Pferde und wir nicht. Wir sind immer noch zu Fuß. Die sind ja gleich da hinten. Wir brauchen... Oh, wir haben einfach... Escapte vom Chaos. Ja, wir werden es wieder weg. Die Pferde müssen wir haben... Taken... Taken... Wir sind getötet. Well... Wir können nicht herausfinden. Nein. Nicht jetzt. Charles... Ich... Wir senden sie. Woher ist er? Wir sind wahrscheinlich zurück in Chaos. Wir werden uns verbrechen. Ich werde ihnen sagen. Ich werde ihnen sagen. Du rest auf. Schau dich auf. Wir werden es machen, Bruder. Ich kann es sehen. Ich kann es sehen. In was? Mann. Au boah. Das war so eine bescheuerte Idee. Das war's auch schon. Natürlich, Brosse. Zu wenig Kopfschüsse wahrscheinlich. Oh ja, lande 35. Das heißt wahrscheinlich jeden. Schalten Soldaten an der Kanone aus. Ohne Gesundheitsgegenstände zu benutzen. Ich habe keine Gesundheitsgegenstände benutzt, aber bitte. Das ist echt ein Bug. Ich habe nichts genommen. Gar nichts. Und er sagt, du darfst keine Gesundheitsgegenstände verwenden. Ja, ich habe auch keine verwendet. Also das ist... Das ist schon bescheuert. Das ist schon... Ach. Die Technik in diesem Spiel ist so unterirdisch. Das ist so unterirdisch. Das gibt es nicht. Einzige Katastrophe. Was will ich schon sehen bei uns? Wir schauen dann mal, was Maika vorhat. Achso, Militärkonvoi. Junge. Aber vielleicht doch nicht. Der hat wieder Blödsinn vor. Das heißt erstmal zurück ins Lager. Na ja, haben wir jetzt eigentlich irgendwas bekommen von unserem Häuptlenkter. Haltlenkter. Nö. Ja. Ja. Und Freunde, das war es aber wieder für diesen Part. Ich bedanke euch wieder fürs Zuschauen und sage, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, und ciao. Ciao! Ciao! Ciao. Ciao. Amen.